Der böse Wolf im Geißlein-Chat Es war einmal eine alte Geiß. Die hatte sieben junge Geißlein, war alleinerziehend und völlig überfordert. Die sieben Geißlein machten, was sie wollten, tanzten ihr auf der Nase herum und überhörten all ihre guten Ratschläge. Einer dieser Ratschläge war, wenn ihr im Internet-Chat neue Leute kennenlernt, denkt immer daran, dass ihr nicht wissen könnt, wer sie wirklich sind. Vielleicht ist eines Tages der böse Wolf darunter, der sich mit einem falschen Profil bei euch einschleichen will, um euch zu verführen und dann zu fressen. Ach, Quatsch, sagten die Geißlein. Das merken wir doch sofort. Und sie liefen mit ihren Smartphones aus dem Haus. Verschickt wenigstens keine Nacktfotos von euch. Denn wer das von euch verlangt, der ist der böse Wolf, rief die alte Geiß verzweifelt hinterher. Doch die sieben Geißlein waren schon über alle Berge. Derweil saß der böse Wolf in seiner Höhle und feilte an seinem falschen Profil für den Geißlein-Chat. Dort wollte er auftreten als junger, hübscher Ziegenbock. Sportlich, gut riechend und verständnisvoll, eben von den Hörnern bis zu den Hufen ein Gentleman, auf den junge Geißlein hereinfallen mussten. Am nächsten Tag lockte er sich ein und es dauerte nicht lange, da war er schon im Chat mit einem der sieben jungen Geißlein. Hallo, Geißlein, schrieb der Wolf. Ich bin ein junger, hübscher Ziegenbock. Möchtest du mir nicht ein Nacktfoto von dir schicken? Ach, ich weiß nicht so recht, zögerte das Geißlein. Bist du etwa zu hässlich, provozierte der Wolf listig. Oder einfach zu feige? Das Geißlein war eigentlich sehr hübsch. Und weil es auch nicht feige sein wollte, schickte es ein Nacktfoto von sich. Als der Wolf das sah, lief ihm schon der Sabber aus dem Maul. Jetzt musst du mir aber auch ein Foto von dir schicken, bat das Geißlein. Doch der Wolf hatte bereits einen anderen Plan. Leider ist meine Kamera kaputt, log er. Deshalb wäre es am besten, wir treffen uns im Wald. Dann beweise ich dir, dass ich der Richtige für dich bin. Oder bist du etwa gar nicht neugierig auf mich? Das Geißlein war sogar sehr neugierig. Es lief sogar zur vereinbarten Stelle im Wald und ward nie mehr gesehen. Die alte Geiß weinte bitterlich, als am Abend nur noch sechs der sieben Geißlein wieder nach Hause kamen. Denn obwohl sie immer überfordert war, hatte sie doch alle ihre Kinder lieb, wie eine Mutter ihre Kinder lieb hat. Und die Moral von der Geschichte? Im Internet treffen oft vollkommen entgegengesetzte Interessen aufeinander, berechtigte und unberechtigte, legitime und verwerfliche, ehrlich geäußerte und geschickt verschleierte, naive Interessen von Kindern und pädo-kriminelle Interessen von Erwachsenen. Im Netz wird geheuchelt, geprahlt und gelogen, dass sich die Balken biegen. Doch im selben Netz öffnen unsere Kinder auch ihre Herzen, zeigen ihre Gefühle, benennen ihre Sehnsüchte, suchen Liebe, Freundschaft, Anerkennung, ganz offen und ehrlich mit Namen und Adressen. Das kann ja nicht gut gehen. Deshalb muss für Kinder gelten, beim Chat mit Unbekannten niemals auf irgendwelche sexuellen Forderungen eingehen und ein erstes Treffen zur Identitätsprüfung des Unbekannten immer nur in Begleitung von Vertrauenspersonen und nur an öffentlichen Orten. Außerdem, Nacktfotos von Kindern sind aus mehreren Gründen hoch problematisch. Bitte lesen Sie dazu unsere Broschüre Pornografie – Alles, was recht ist und Cybermobbing – Alles, was recht ist. Und denken Sie daran, Sharing is caring.